Da-dum, da-dum, grab that gun. Done. Ah, ah. Ich hätte vorher gucken sollen, wo wir langfliegen. Fuck it. Oh, Mingo, ja. Okay. Lonely Lodge, there I go. There I go. Allein und so. Ah, ich werde mit Sicherheit nicht allein sein. I see that. D-dum, people. Ah, schade. Emote geht während dem Fall nicht. Das wäre natürlich cool gewesen. So, irgendwo da wollte ich ihn. Ja, ich glaube, das klappt. Das sieht gut aus. Ja, ich fliege sogar zu weit. Eindeutig. Schnee-App-Fun. Hoffentlich. Da oben. I don't know. Alles klar, komm. Stopp. 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 Okay, perfekt. It's a trap. Oder? War das eine Trap? Ich weiß gar nicht, was zur Hölle das war. Ich hoffe, da oben ist irgendwas, wenn ich schon da hochrenne. Weil sonst bin ich gleich geäst. Oh, great. Sauber. Nicht wirklich. Nothing, hä? Papyrus, hello. Okay, das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt stehe ich hier nur auf dem Präsentierteller, was natürlich nicht so geil ist. Ich hätte gehofft, dass da was ist. Da ist eine Chest. Dann mach weg die Scheiße, so. Ja, sauber. Nicht wirklich. Okay, und ich muss wahrscheinlich 5 Kilometer, Alter. Kann ich mich eigentlich direkt auf den Weg machen? In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch was finde. I don't think so. Oh, damn it. Go, go, go. Ich nehme den direkten Weg. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch was. Oh, ja. Great. Oh, ohne Waffe. Doom, die, doom. Doom, diddly, doom. Okay, Zeit, mit dem Pilz zu tanze. Nope. So, mit meiner geilen Bewaffnung lasse ich das wohl lieber sein. Ah, na great. Das war nur voll für den Arsch. Ach shit, hätte ich mir auch sparen können. Nur das und auch nicht mehr so lang. Joink. Ich hab ja vorhin schon gestreamt. Etwas länger. Aber das hier zum Ausklingen so quasi. Meinst du mit vorhin gestern? Ne, ich mein mit vorhin vorhin. Oh, wie viel Uhr war das? Heute Morgen. Ich war 2 Stunden bestimmt online und hab so verschiedene G-Mails gezockt. Hast wir denn nicht gesehen, ne? Du warst nämlich nicht da. Ich glaube, ich hab da noch klar. Ach so, ja, dann musst du halt mal früher aufstehen. Das hat sich kurzfristig ergeben, weißt du? Deswegen hab ich gedacht, yo, let's get it on. Und dann hab ich nochmal ne Runde gestreamt. Ja, ich war jetzt ein bisschen länger wach. Ja, gut, ich auch. Bis 2. Ja, so ungefähr. 2,5, 3 war ich im Bett, ja. Ah, endlich ne Waffe. Wow, fucking, finally. 1,5 bis 1,3 bis ich dann auf das Ding ins Fortnite zockt. Dann bin ich ins Bett und hab dann noch YouTube geguckt, bis ich eingepennt bin. Und jetzt mein Highspeed-Datenvolumen aufgebraucht. Haha, lol. Fuck it. Da war einer. Da ist einer. Egal, Ignore. Der weiß ja, dass ich im Zugzwang bin. Der Arsch. Goddammit. Ja, ich wollte eigentlich mal PvE abchecken, aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Heute. Zeitlich. Ja, da dauert so ne Mission, weiß nicht. Vorbereitung und dann das Machen, Sammeln und alles. Ne gute Stunde bist du beschäftigt. Cool, dann lass uns das die Woche doch mal machen irgendwann, wenn du mal Zeit hast. Außerhalb der regulären Stream-Zeiten wohlbemerkt. Ich habe eigentlich immer Zeit, wenn Schule rum ist. Ja gut, so früh. Ich muss ja auch arbeiten. Das ist die Woche also. Früher anfangen könnte vielleicht irgendwann mal klappen die Woche, aber ich bin mir nicht sicher. Weil wir können ja schreiben. Weil ich würde es mir gerne halt wirklich PvE wirklich mal angucken. Ja, ich habe halt immer bis ungefähr 13, 20 Schule. Muss dann aber noch eine Stunde nach Hause fahren und mit dem Hund gehen. Ja, das ist Discord-Papyrus, das ist korrekt. Ah ja, ne, ist klar, aber da arbeite ich ja regulärisch. Aber ich arbeite ja bis 6 Uhr im Normalfall. Ich muss mit der Doggie gehen. Der Hund, äh. Alter, wie weit ist denn das noch? Da ist er ja wieder. Aha. Ah, hier ist alles voll. What the fuck? I'll go. Bye. Äh. Das sind wir zu viele. Scheidt. Scheidt. Fuck ey, ich finde die Bitch von dem Farbenblinden nicht. What? Ich muss in der Mission so, dass die Freundin von irgendeinem Farbenblinden finden. Und der, und dass er farbenblind ist halt damit, deswegen, weil es um rote Briefkästen geht. Fail. Und Nachrichten drin sind. Und deswegen konnte er die selber nicht suchen. Okay. Ja, ja, das schauen wir uns mal an. Das ist ja quasi Singleplayer. Gucken wir mal. Vielleicht. Ja, ich habe einen Scheißstart gehabt, Papyrus, hast du recht. Aber, ich lebe noch. Und das wundert mich ziemlich sogar. Wie viele leben noch? 26. Wiesst du das nicht? Du bist doch online, du kannst doch gucken. Wenn du über meinen Namen gehst, müsstest du es doch sehen. Ja, 25 leben jetzt noch. Yeah, korrekt. Yeah. Aber ich lebe nicht mehr lang, wenn das hier so weiter geht. Joinst du gleich? Mmh, wenn ich die Bitch gefunden habe. Also, zwei, drei Ründchen wollte ich schon noch spielen. Ja. Wenn klappt. Wenn klappt. Moik. Ich bin noch nicht ganz wieder im fucking Gebiet. That's shit. Oh, da kommt, da kommt die Zone. Oh, zum Glück mal in deinem Kopfhörer morgen. Geht gar nicht. Ja, Mikro wäre auch noch eine Maßnahme. Mmh. Nee. Ah, 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 alter. I'm so dead. Oh, na gut. Glück gehabt. Glaube ich, pack's. Ah, es bewegt sich einen Ticken schneller als ich. Fucking shit. Trinkst du jetzt wohl Schaden, ne? Nee. Nee, nee, bin drin. Ha, bin drin. Allerdings null Schutz hier. Ach man, und nur noch 13 Schuss Munition. Isn't that awesome. Eigentlich lohnt es sich nicht, das zu nehmen, aber ich mach's trotzdem. Komm, heil dich schneller. Was an dem PvE halt cool ist, die KI ist auch richtig schlau. Also, die gucken auch, was der beste Weg in deine Basis rein ist. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal. Die machen nicht einfach Zombie-Gemetzel auf den erstbesten Zaun und dann rein, sondern die gucken. Weißt du, in die Falle? Weißt du, ja. Ich sag dir nochmal Bescheid, wenn ich dann Zeit dafür hab, ja? Ja. Hat der da seine Ligge-Gemetzel einstellt? Ah! Sag ich nicht rein. Oh, 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 das war dumm. Da steht der Anderwaff selektiert. Fuck it. Ich hab gleich 100% der Karte aufgedeckt. Wurste denn die Bitch, ey? Oh, oh! Bam, jetzt bin ich tot, ja. Der hat mich überrascht. Ich hab aber auch geilerweise, geilerweise voll gefailt, ja. Ich hab mich nicht aufgepasst. Zurück zur Lobby. Und weiter geht's, genau, Karton. Apropos, das müsst ihr euch auch nochmal zocken, wenn weiter geht's. So, Invite, dead shit. Ich bin grad im La- 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 Einladung in Laguna-XB-Gruppe bei. Nice, duo. Jawoll. Go. Hier hab ich schon 200 V-Bucks. Ohne was zu bezahlen. XOD in PvE, ja? Ja, und, äh, halt, wenn du hier im Battle Royale ganz viel levelst. Ja, gut, ich arbeite dran, ja. Ich hab nämlich noch Original 0 V-Fucks. Fucks! Du kriegst, wenn du die Hauptkampagne verfolgt, kriegst du ab und zu mal welche. Ja, das mach ich. Ich glaub, ich mach ein Let's Play draus, ohne Scheiß. So. Wailing Woods oder Junk Junction, Haunted Hills. Hm, ja. Ohne Details, ja. In dem Wald ist immer so wenig Teuk, oder? Ja, hier vorne, klar, weil wir auch direkt drüber fliegen, ist wahrscheinlich nicht das Schlauste, deswegen hab ich ja gefragt. Ja, es sind nur drei Kisten, oder so. Jetzt nur am Steuer, weil der so viel hupt. Nein, der hupt immer, wenn du rausspringen kannst und wenn du mal langsam abspringen solltest. Du hupt immer in PUBG. Ich hupt immer in PUBG. Deswegen die Frage. Das ist ja eine gute Frage. Ich hab gestern hier so viel gedampft in dem Raum, dass Feuermelder losgegangen ist. Das hab ich sogar noch auf irgendeiner Kerbal Space Program Aufnahme, glaub ich. Das war da nicht so cool. Ja. Ja, ist aber auch wieder am Rand. Ist vielleicht auch nicht Optimum. We will see. Wailing Woods. Darf ich das? Yeah, can do. Ist noch jemand da? Ich. Ja, aber sonst mein ich. Äh, ich seh keinen. Nee. Yes. Hey. Aber bei dem Dingens, wie heißt das? Leather Park, da sind wir hier runtergegangen. Oh doch, ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh nothing. Bei Haunted Hills, der landet in einem Kirchturm, in Kaputem. Okay. Hey, awesome. Oh, ich bin drin. Gut. Das passt. Hast du Portal 2? Ja, wieso? Lass mal Co-op zusammen spielen. Ja. Kannst du es auch aufnehmen. Hab ich schon mal gemacht, aber die Quali ist shit und ich würde es gerne. Das ist, also das ist noch nicht mal in HD aufgenommen. Deswegen würde ich es gerne nochmal machen. Mmh, können wir machen. Kannst du es ja auch in deinen Channel hochladen quasi. Mmh. Weil das fehlt mir. Das will ich schon seit Jahren machen, aber irgendwie finde ich niemanden. Kennst du mir doch, gucke in meiner Steam Library, ob ich das Spiel habe und dann geht's los. Ja, weiß nicht, ob du das hast. Ich habe auf jeden Fall noch eine Kopie, die kann ich dir geben. Nee, nee, ich habe es, ich habe es. Ich habe es ja selber durchgespielt. Das war tatsächlich mein erstes Spiel, was ich durchgespielt habe. Bitch. Oh, Justin zockt no more TV, eh? Hm, hm, hm. YouTube steht da nicht TV. Sorry, ja, aber... Kenn ich, ich glaube... Oh, fuck, ich dachte, das wärst du. Damn. Fuck me. Da war noch einer dabei. Ah, Nitro nix. Nix mehr, Nitro. Nitro nix. Nix, Nitro. Ich habe immer noch keine Waffe. Ja, da liegen ganz viele rum. Weil ich den Justin besorgt habe. Da drin, genau. In dem großen Gebäude. Da will ich nicht rein. Mit den zwei Fenstern auf dem Dach. Ich dachte ohne Scheiß, das wärst du. Ich habe den nämlich im Augenwinkel gesehen. Und bin jetzt echt einfach davon ausgegangen, dass du das bist. Weil der Pfeil auch darüber gezeigt hat. Fuck, ey. Da war ein Pfeil drüber. Kill it. Nitro nix HD. Must die. Scheiße, jetzt habe ich das Spiel für den PvE leiser gestellt. Da muss ich den wieder lauter machen. Ah, finally. Sneak, sneak. Ah. Da auf dem Dach. Ja. Aber steht mit dem Rücken zu dir. Den hätte ich nicht gesehen, glaube ich. Nope. Hätte ich nicht gesehen. Ziemlich sicher. Wenn der runterkommt, geh ich auf. Das ist mir zugefährlich. Der bouncer, glaube ich, auf Reifen rum oder so. Was macht der da? Rumpimmeln. Wahrscheinlich unterhalten die sich genauso wie wir gerade irgendwo im Teamspeak oder Discord. Weil die nehmen mit Sicherheit auch auf. Wenn YouTube und so. Oh, jetzt ist er weg. Snell, schnell. Fuck it. He's gone. Ja, aber wohin? Da. Da liege ich irgendwo. Genau, hier bin ich gestorben. Er hat sich da raus verpisst. Gebt sie her. Biatch. Die. Seid kein Schild mehr. Seid kein Schild mehr. Nee. Nice. Ihr habt mich gekehlt. Du hast mich gerecht. Awesome. Äh. What? What the fuck? Aus 80 Meter Entfernung gesniped. What the hell? Aber du hast mich gerecht. Das war mir persönlich wichtig. Ja. Sehr geil. So, fast level 8. Bin mal kurz weg. Was? Ich glaube es hat an der Tür geklingelt. Achso. Redstone ist auch online. Bad lol pass. Naja, dauert noch ein bisschen. Aber hey. Hey, hey. 4000 XP. Sieben. Oh, Alter. Lebe länger als deine Gegner. Naja. Okay, Thema. Füge Gegnern Schaden zu. Kriege ich hin. Gewinne ein Match schwer. Naja. Das ist tägliche Herausforderung, oder? Oder nicht? Nee. Das ist nicht. Okay. Alan. Was geht? Fortnite. Ink. Da fuck. Kein. Lars, guck mal. Mann ist das geil. Ich mach jetzt das und das. Mach mal. Ich höre dich. Ich höre dich. Hier. Hier. Was ist das für einer? Kaminsroder Outfit? Hm. Sammle das Set 800 Münzen. Ich brauch die Discord übersteuert. Discord übersteuert gar nicht. Hörst du mich überhaupt? Was? Was? Ich höre dich die ganze Zeit. Äh, ich hab das Mikrofon gemutet. Nein. Aufsichtig nicht. Aufsichtig nicht. Jeder hat's gehört. Warte mal. Lol. Hast du dich die ganze Zeit gehört? Ja, ja. Lars macht dies und das. Hab ich gehört. Und überhaupt, ja. Aber macht ja nix. Wohl. Lol spiel ich nicht momentan. Ja, mein Kumpel ist gerade gekommen und der soll nicht stören. Ja, hab ich gehört. Kannst du die Kopfhörer auch vorne reinstecken? Der Mikro ist mega laut. Deswegen. Kann es sein, dass es deswegen übersteuert? Ja, natürlich übersteuert es deswegen. Wenn das so empfindlich ist. Warte mal, es könnte ja sein, dass er das Falsche nimmt. Das weiß ich nicht. Aber wenn du das jetzt änderst, musst du nochmal das Discord raus. Jetzt höre ich es gar nicht mehr, by the way. Ah, doch. Das höre ich. Du atmest. Ist jetzt besser? Oh. Ein Traum. Ey, der hat die ganze Zeit des Mikrofons von der Kamera benutzt. Siehste, hab ich doch gesagt gestern, da stimmt irgendwas nicht. Aber du, nein, das ist alles wie immer. Ich hab nix gemacht. Ja, ja. Das war von der Cam. Deswegen war das auch so laut. Der ist ein bisschen ein Ticken zu leise. Aber er ist vielleicht auch nur ungewohnt, ja. Ich geh nach Loot Lake. Jetzt hörst du dich auch wieder normal an. Ohne Scheiß. Muss ich mir später mal im Livestream anhören. Das ist schon im gestrigen Livestream so gewesen. Das ist mega laut gewesen. Also so ist echt ein Traum. So können wir auch Portal aufnehmen dann. Ja, das ist nämlich qualitativ tausendmal besser. Go. Tut mir sorry, hab ich nicht dran gedacht, dass er das vielleicht geändert hat. Ja, macht ja nix, ne. Es war ja nicht so schlimm. Es war halt nur halt mega laut. Und jetzt hör ich auch nicht mehr alles wahrscheinlich. Das ist viel besser. Ja, ich versuch mal zu gucken, ob ich da herankomme. Was für Englisch? Was? Okay, gut. Aber LOL wäre auch mal eine Maßnahme. Da hast du wohl recht. Könnte man mal zocken. Hm. LOL. Bei den Docks in welchen? Geh auf die andere Seite vom Ufo. 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 Okay. Okay. Hab ich es gar gefunden. Ja, nice. Ab ins Badezimmer. Boom. Nee, ist doch ganz ins Badezimmer. What the shit. Naja, allerdings hab ich schon mal Munition. Okay, Waffe. Da ist das Badezimmer. Ich wusste auch, dass es irgendwo. Das ist ja der wichtigste Gegenstand im Haus. Wie, du kannst Leute sperren. Für dich kannst du sie sperren, ja. Sind wir drin? Ah ja, was dann? Jank. Am Ufo sind welche? Da musst du gleich mal runterlunze. Run, Herr Lunze. Da war doch irgendwo der Tunnel. Ja, mach noch ums. Wo ist der Tunnel? Und im Haus irgendwo, ne? Jetzt höre ich dich nicht mehr ständig, falls du jetzt redest. Wahrscheinlich hast du jetzt auch wieder Push to Talk. Nee. Nee? Sonst würdest du mich ja jetzt nicht hören, weil ich drücke ja gerade nichts. Ach so, okay. Okay. Ach Gott, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ah, ah. Was ist denn der Tunnel? War ich hier irgendwo? Nicht, dass ich jetzt in das Sackgeschosse kriege. Was wahrscheinlich ist, aber du bist da drüben. Ich komme zu dir. Gleich. Erstmal mit dem Pilz, Hansel. Ja, also eine halbe Stunde bin ich ungefähr noch am Start. What the hell? Why? Hast du das gebaut? Ja. Können wir schneller rüber. Blue Door Lake. Oh, fuck. So, so. Komm, rein da. Rein. Bitch. Ah. So. So. So gibt das aber keinen. Du bleibst ja voll hängen. Nee, da ist nichts drin. Könnt ihr auch eigentlich wieder in den Boden bauen. Ich stepp. Naja, ist egal. Ist egal. Hier habe ich dann geguckt. Nix. Okay. Scheiß aufs Bett. So. Musst mich halt gerade mal anfragen. Wenigstens schon mal. Was? Differently erst. Achso. Pilz. Geht es wieder mit dem Chat, ne? Yo, yo, yo. Was dann? Was ist denn dieser ranzige Tunnel? Tunnel, lol. Hier kommt einer, ne? Wow. Okay. Wärm. Okay, weil ich gerade Tunnel gesucht habe. Der killt mich. Jawohl. Zwei. Komm hoch. Drei. Was? Drei? Das sah aus wie drei. Well, well, well. Das war nicht so cool. Royal. Hello. Et lol, royal. Auch. Kaffee. Kaffee, natürlich. Thanks. Okay. So wird's schwierig, weil... Du musst mich anfragen, damit ich dich hinzufügen kann. Kaffee! Okay, frisch ist es nicht mehr. Halt. Du musst generell einfach mal wieder Leute erledigen. Achso, ich hab gerade geguckt, ob ich jetzt Level aufgestiegen bin. Wahrscheinlich. So. Was sagst du? Wohin? Achso. Mh... Was ist denn eigentlich mit der Insel da? Wer geht denn da hin? Die Insel da so im Südwesten, oder was meinst du? Ja. Das ist die Startinsel, du. Achso. Da kann man aber theoretisch nicht mehr hin, ne? Da kann man sich hinbauen, aber du wirst von einer unsichtbaren Wand zurückgehalten, soweit ich weiß. Ah, okay. Okay. Weil du wirst auch von einer unsichtbaren Wand davon abgehalten, von der Insel runter zu gehen, wenn du noch nicht so weit bist. Also wenn der Bus noch nicht startet. Fucking boost. Ah ja, stimmt. Das hab ich schon gemerkt. Wollte ins Wasser springen. Ja, ja, da war einer. Ich hab's gemerkt. Ich hab ein Team kommt mit uns. Ne, zwei. Zwei Teams. Ich fliege auch hinten dran. Oh, der landet nämlich hier direkt. Ich geh hinten dran. In der Hoffnung, dass wir hier irgendetwas Sinnfreies finden. Du bist da drin gelandet, ne? Alter. Und ich hab einen fast gekillt. Okay. Dann ist ja gut. Fast? Ich mein, ich hab einen gekillt. Great. Zwei sogar. Ne, einen. Ah ja. Come, give me some stuff. Yo. Was ist denn das? Äh, Erpik. Ich glaub, ein Team ist ein bisschen weiter weggelandet. Aber einer ist ja auf jeden Fall noch. Oh, fucking Grenade. Idiot. Dammit. Wollte Drank. Der sieht fast genauso aus. Was ist das für Abfuck? So, ich komm in deine Richtung. Denn ich bin, glaub ich, bedient. Ich hab's da nur 13 Schuss dafür. Was hast du denn? Snip. So, Snip. Snip. So, ich hab den Teamkollegen von denen gekillt. Great. Oh. Bin an einer und sie sparen Wand hängen geblieben. Das ist noch eine blaue taktische Maschinenpistole. Ja, so manches könnte ich noch gebrauchen. Das stimmt. Also ist da jetzt keiner mehr, oder was? Ich glaub, ein Team ist noch ein bisschen weiter weg als... Äh, äh, weiß aber nicht genau wo. Oh, oh. Das ist ein ganz schön langer Weg, ey. Ich komm jetzt mal zu mir hier rein. Hier liegt nämlich noch... Ich glaub, die brauch ich selber. Ich hab nicht so viel. Das ist super. Also die Waffe kannst du haben, aber die Munition, die ist halt nicht dabei, weil ich die selber brauch. Das war ja wieder Mode-Great-Eingang vom Allerfeinsten. What the hell? Äh. Und dann hau ich mich halt da durch. Was soll's. Ah, okay. Na, 20 Schuss, besser als Keh-Schuss. Hier liegt noch eine Tompkin. Ja, ich bin, glaub ich, ziemlich bedient. Okay, dann... Wollt ich nur noch Ammunition. Für was denn? Äh, warte. Leichte, leichte Patronen. Hm. Der linke ist abgelaufen, das ist korrekt, ja. Immer noch, weil's schon wieder nicht so geplant war. Bleib doch mal stehen. Achso. Dann dropp ich dir ein bisschen was. Ne, warte, das sind alle. Und Sneap-Munition. So. Sneap-Munition hab ich leider nicht. Äh. Weil ich hab das da. Alright, alright, alright. Du hast ja schon gezeigt, dass du damit gut umgehen kannst. Yeah. Man erinnert sich an gestern. Nicht wirklich. Meistens nicht. Ah, hier ist schon alles leer gelutscht. Okay, dann sollten wir uns langsamer bewegen, oder? Wir müssen hier weg. Die Richtung. Sollte ich geh nochmal auf... Ah ja, klar. Äh, hätte mich aber erstmal hier. Damit ich dich hier im Game schon mal hinzufügen kann. Obwohl, wie gesagt, es jetzt nur noch 20 Minuten geht. Eine Runde halt noch. Macht er hier. Ja, danach noch eine Runde, ganz genau. Hoffentlich. Man weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe's. Pick me up, what? Ah, Fahrzeuge wären irgendwie so nice, ne? So nice. Übrigens, das mit dem Crossbike hab ich auch rausgefunden. Das kann man nicht selber fahren oder so, sondern das ist nur ein Item, was du leveln kannst und was dann quasi für, äh, die, die KIs ist, aber auch nicht wirklich, äh, also, dass sie dann als Objekt in deiner Welt rumfahren, sondern dass sie dann Fortschrittsbalken haben und der geht dann, wenn du das Update hast, schneller. Okay. Ich war ziemlich enttäuscht, dass ich das gelesen hab. Dachte ich mir aber schon. Ich wurde Crossbreg 5. Ich hab ne halbautomatisches Snierp. Snierp? Snierp. Ist nicht ganz so gut, aber... Der Orange ist Legendary, oder? Orange ist das Beste, ja, Legendary. Hab ich nämlich die Snierp. Snierp. Das ist wie... Das ist wie in jedem normalen RPG mit Lootable-Items und so. Er ist wie gedacht, ich bin müde, doch... Ich find's immer wieder erstaunlich, wie wenig Ahnung die, äh, Schüler an meiner Schule von Fortnite haben und die spielen das so seit drei Wochen. Ich spiel das seit zwei Tagen und weiß mehr als... Also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das halt zwei Tage gespielt hab, wusste ich mir. Jetzt hab ich's natürlich schon länger. Ich spiel. Ach, da oben. Wo? Ach. Ah, damn. Jetzt hab ich unsere Position verraten. Weil das war definitiv nicht getroffen. Ach, da. Der hat auch eine Snierp, glaub ich. Ja. Ja. Scheiße, da komm ich doch im Leben nicht dran vorbei. Ich bin hinterm Baum. Renn mal zu mir, bitte. Die sind da beide auf dem Dach. Der eine ist ziemlich auffällig. Der wird mich wegbumsen, wenn ich jetzt zu dir rüberkomme. Ich dachte, wann du hüpfen musst. Hüpf! Geh ne Hocke und komm ein bisschen näher. Warte, ich belebe dich erst wieder. Kannst trotzdem nicht Hocke gehen. Heute nicht, nee, nee. Heute, das ist jetzt der letzte Stream, sind auch die letzten Minuten. Für heute. Da ist er, ja. Ich seh ihn. Jetzt mal ein Stück zur Seite. Hast gesehen, dass er runtergegangen ist, ne? Also einer. Da ist aber noch einer, ist noch oben. Mhm. Mhm. Hä, der ist links, 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 links. Pass auf, links, links von uns. Links von uns. Wow. Der hat eine riesige Treppe gebaut und bist du blind? Ja, schon. Ja, geh mal aus dem Weg, Mann. Ja, da. Da, okay. Ja, ja, natürlich. Es sind sogar beide da. Fuck. That's shitty. Ich hab' nicht links geschrieben. Ich hab' noch nie LOL gestreamt. Äh, noch nie. Warte mal, ist eine Anfrage von dir. Da kommen ganz schön viele Spieler, die dich dann ansorten. Von wegen, du bist das schiefst. Naja, natürlich. Ich muss es mir dann auch erst downloaden. Ich glaub', ich hab's runtergenommen irgendwann mal. Ich hab' irgendwann aufgehört. Ja, du bist auch bei mir schon ewig. Nied mehr. Du wirst es downloaden, aber nicht so lange. Naja, das stimmt. Ich muss dir gegebenenfalls vorher Bescheid sagen. Ja, müssen wir uns mal anschauen. Bike-Lation-Hight. Schlacht-de-Boost. So, was. Wow. Ähm... Dacht' ich auch. Das dachte ich ja auch. Snob, was... Du... Himmst du mich an? Alle raus. Letzter Halt in. Deiner Mom. Okay. Thanks. Da sind wir mit Sicherheit nicht allein. Aber sowas von nicht. Das ist das Teil da. Jo, klar. Come, you can do it. Aerodynamics for the win. Was scrollst du so? Das ist mein Sitznachbar. Achso. Der scrollt. Okay. Ich hab' komplett verfehlt. Komplett. Direkt im Fischmarkt gelandet. Isn't that great? Instant. Oh, hey. Gans. Oh, lol. Quasi. What? Der hat eine Impulsgranate auf mich geworfen. Scheiße. Du bist viel zu weit weg. Ja. Hab' ich auch gemerkt. There goes nothing. I'll go. Alter, ich brech's dir gleich den Finger, wenn du nicht aufhörst zu scrollen. Lass' noch scrolle. Scroll, lolol. Battletech. Yay. Hey. So, mal gucken, wie lange ich das hier überlebe. Net lang. I guess, I guess, I guess. So. Gibt's da zu lolen? Da schießt jemand auf mich. Ja. Take it down. Fucking. Finally. Super. Na super. Ficker. Du bist gestorben. Yo. Cool. Ne? Hammergeil. Geht noch was. Geh mal noch ne Runde. Guck mal, wenn ich das hier schreibe, dann zensiert der das. Ja, zu Recht. Was schreibst du da? Müsst du wissen? Ja, gut. Das ist klar. Bitch. Oder Fug. Ja, klar. Natürlich. Mit Herzchen zensiert. Ja. Also eine Runde machen wir noch. Komm. Eine geht noch. Was mich jetzt interessiert, ob die auch deutsche Schimpfwörter zensiert haben. So wie Scheiße. Wahrscheinlich. Wäre lustig. Irgendwie. Keine Ahnung. Dödem. Retail Row. Loot Lake. Jolte. Meier. Snobby. Okay. Snobby. Snobby. Schor. 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 Letzte Runde. By the way. Kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ohne Mist. Müsst ich gucken. Wann ich das erste Video hochgeladen habe. Wann denn? Wann du mit YouTube angefangen hast? Ja. Ähm. Ich hab mir die Videos tatsächlich nicht durchgeguckt. Ja, ja. Das älteste Video ist von... Das ist ein Alien-Color-Ninni oder so. Alien-Colonial-Dicks. Game sucks fucking cock. Aber ja. Das war das erste. Das stimmt. Das erste Video, was ich auch hochgeladen habe, was ich aber wieder runtergenommen habe, so wie einige meiner Videos, war auch von so Bottle 2. Bottle 2, ja. Das war auch schon ganz am Anfang. Das war mein erstes Spiel, mein Lieblingsspiel zu der Zeit und deswegen wollte ich es dann auch Let's Play. Das ist immer noch gut. Ja, es ist wirklich gut und ich warte eigentlich nur auf Toy-Doy. Da kannst du lange warten. So wie bei Half-Life. Ganz genau. Selbe Firma, same shit. Same company, same shit, so. Kennst du diesen, wie Entwickler, wie Spieleentwickler Geschichten erzählen? Kennst du diesen? Ja, ja. Ja. Klar. Hey, Grenades. Hey, nothing. Natürlich. Ich bin Wasserglück hier oben gelandet. Und ich habe dann halt die letzte Läsche da runtergenommen, weil mein Schnittprogramm scheiße war. Schnitt. Ja, da ging das Video irgendwie kaputt und die Audiospur war total verrutscht und ich hätte keinen Bock, das nochmal zu machen. Das kenne ich. Und jetzt bin ich ein bisschen motivierter. Ja, dann lass Portal 2 Koop machen. Das macht dann zu zweit wahrscheinlich auch mehr Bock mit jemandem, der dabei ist und nicht zwischendrin sagt, so, ich habe keine Lust, tschüss. Ja, tschüss. Ne, wenn, dann volles Programm, ja. Boom. Und so. Ich bin hier ohne. Was mit dir? Ich komme mal gegen... Bist du auf dem Berg gelandet? Ja, jo. Das war gerade so da und da habe ich mir gedacht, yay. Und ich habe nur eine Pistole gefunden und drei Granaten. Wey. Ich bin zu dumm zum Bau. Wey. Fuck. Oh, hinter mir ist einer. Lol. 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 Du bist so weit weg. Wo kam der denn her? Oh, Mann. Okay, falls wir noch eine Runde... Nee, schaffen wir nicht mehr. Mann, so ein Scheiß. Was? Ich habe den nur zufälligerweise gesehen, weil ich zu dumm war zum Bauen. 360 No Scope. Ist halt nur niemand da, auf den ich schießen kann, aber ey. Richtig scheiße, ey. Quasi. Das war wirklich nicht so geil. Noch ein Pistol. Great. Vor allem der war alleine. Wo war denn sein Teammate? Wahrscheinlich wie bei dir ist. Vorgerannt. Ich bin nicht vorgerannt. Ich bin früher gelandet. Und dann vorgerannt. Und dann vorgerannt. Muss auch so rum. Das kannst du ja nicht durchspringen. Ja, leider nicht. Flürfscheiße. Yeah, ich slurp's um. Also müsste er ja demnächst von da hinten irgendwo kommen, oder? Mhm. Ob. Da ist noch ein großer Schild dran, nimm die mit. I see, I see. I see. Super. Das war so nicht gewollt. Ah, shit. Tö-dö. Ich würde so gerne damit fahren. Greasy Grove. Na gut, okay. Ich bin eigentlich relativ nah am Rand. Jetzt kann ich ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Da siehst du Brücken, ne? Da ist wahrscheinlich jemand. Oh, ich sehe ja. Oh, Rauchgranaten. Naja. Alles auch. Ja. Bring dir nichts. Burscht. Steht der da, aber das ist ein Burscht. Okay. Das ist ein Burscht. Oh. Scheiße. Geh da hoch. Komm schon. Komm schon. Kann ich tun, ja. Aber, wie gesagt, nach dem Game höre ich auf. You know? Du hast mich ja hier noch nicht angefragt. Eben. Wie nennt man den Client eigentlich? Epic? Epic Client. Maze. Epic May Client. Maze. 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 Den Baum hat auch schon jemand angefistet. Ja, er hat dagegen geschossen. Ja, in irgendeiner Form angefistet. Alright, alright, alright. Ich hab nur Scheißwaffen. What the hell? Ich hab nur Scheißwaffen. Käste. See. Zum fuck komm ich denn da runter? Du kannst auf die Brücke gehen und dann den Boden wegmachen. Da ist sogar ein Boden weg. Und nur Scheiße drin. Natürlich. Natürlich. I like that. Not. Oh, Trampolin. Kannst du wegfliegen? Sie fliegen. Da oben hat sich einer eingebaut, denke ich. Ist ja diese kleine Holzhütte da gerade. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Wie kommt denn das Auto dahin? Scheiße, Park würde ich sagen. Aber er muss so richtig. There goes nothing. Ich finde das sieht cool aus, wie diese Wand so langsam alles einnimmt. Einlullt. 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 Well, well, well. Welt wurde gescannt, jetzt stirbt. Oder so. Was? So sieht das aus. Welt wurde gescannt, jetzt stirbt. Ach so. Was ist das? Beste Werbung. By the way. Nothing. Obwohl dies. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Guck mal, wer da gerade den Wolf gezötet hat. Was? Blanked. Nein. Davor. Da waren so Zeichen. Hab ich nicht gesehen. So Fragezeichen, R, Ausrufezeichen. Nein. Did not see that. DJ Chris ist auch da. Little Smurfy. Oh nein. Little Smurfy, no. Mit lol Smurfy. Hier hat jemand gebet, lolt. Ja. Und er schießt wenigstens auf mich, dann killt euch halt gegenseitig. Ist mir egal. Bye. Fatal Fields. Du kannst die Falle theoretisch, du kannst dich da reinhauen. Nee, das ist außerhalb der Zunahme. Du könntest theoretisch die Falle über die Tür machen und dich dann da reinhauen. Und wenn dann jemand reinkommt, BAM! 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 Ich glaube nicht, dass da jemand reinkommt. Oh, fucking fuck. Wobble, wobble, wobble. Okay. Great. Da geh ich rein. Oh, okay. Mach den Boden bei dem Drop und dann die Falle rein. Ja! Ja! Hm. 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 Da ist einer. Oder? Das sah gerade so aus, als wäre da einer. Ah, schade. Hast du versucht, das zu bearbeiten? Ja. Baut dich hoch, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Manchmal geht's. Ja, aber nur wenn das so aussieht, als wäre das von einem Spieler gebaut und da keine rote Zahl steht. Hab grad überlegt, wo dieses Geräusch herkommt, ja. Hm. Ah, Busch! 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 Mies Busch! Mies Busch! Mies Busch! Mies Busch! Bin jetzt sei Busch! Das ist ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh! Nice! Ah! 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 Ich bin gerade bei Too Late! Ah! 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 Du bist ja nur ein bisschen später raus gekommen, hätte dich nicht gesehen. Ohne Scheiße! Hat er mich nicht gesehen! So ein Fuck! Ach! Das war lustig! Das war lustig! Beste Tarnung, ja? Der Busch in der Hütte vor allem. Macht voll Sinn, ja? Level 8. Okay, müssen wir die Woche noch ein bisschen zocken, wa? Läuble, Läuble, Läuble.